hallo ich begrüße dich und ich freue mich dass du wieder da bist und dir die zeit nimmst mein video anzuschauen heute am 11 august 2019 mit einer skat legung ich habe die großen skat garten heute dabei und zwar ich mache eine legung hier für die seelenpartnerschaft so eine art spiegelblick aber ich werde das jetzt anders benennen ursache und wirkung so wie du siehst also ich habe auch hier heute meine klangschale dabei mit diesen unzähligen zettelchen wo ich euch gestern oder vorgestern auch versprochen habe bei live stream wenn du daran teilnimmst dass du ein kartendeck aus wolke also wolke sieben gewinnen kannst ich habe alle namen aufgeschrieben da hat auch mein sohn dabei geholfen und heute bist du bei der verlosung dabei bevor ich damit beginne bitte ich dich dass du dich voll und ganz auf der energie der kristallschalen einstimmst die augen schließt erstmal bei dir ankommst und natürlich auch mir deine gedanken rüber sendest bevor ich hier den gewinner ziehen werde schließe dabei bitte deine augen ich hoffe du konntest wunderbar entspannen und bist du bereit hier mir deine gedanken rüber zu senden also es waren sehr sehr viele dabei wie du auch siehst so die ist so auf rosa passend zu meinem oberteil und wir schauen mal und das ist semi kann also das heißt das ist ein männlicher name soweit ich das beurteilen kann semi kann bitte schreibe mir eine e mail dass ich dir auch diese wunderschöne kartendeck auf wolke sieben auch zusenden kann brauche ich dafür deine anschrift und freue mich wenn du mich anschreibst dass das auf reise gehen kann also semi kann herzlichen glückwunsch für dich ich werde jetzt auch meine klangschale zur seite legen und werde hier mit den kartenlegung auch beginnen so dass du das auch gut sehen kannst mit dem mischen der karten ja also ich habe heute meinen titel hier für dieses video gewählt ursache und wirkung und zwar aus dem grund was du aussendet was du in deinem leben machst dass dir das auch auf der anderen seite gespiegelt wird und auch wiederkommt also sehr liebe wirst du liebe bekommen sehr verständnis wirst du verständnis bekommen wenn du angst siehst oder ja irgendwie ängste oder neid falls jetzt da noch eine partnerin da ist oder irgendwelche negativen gefühle dann wird dir das auf der anderen seite auch gespiegelt und natürlich ziehst du dann auch umso mehr solche solche ereignisse ein also es ist wichtig dass du deine schwingung erhebst und also über diese negative gefühle aus diesen negativen gefühlen heraus steigst so ich beginne mit dem mission konzentriere dich bitte auf dich warum wähle ich die seite hier auf der linken seite erstens bist du mehr halt die loslasserin mehr die im gefühl ist meistens sind die gegenüber noch sehr im und zweitens also wir wollen heute einfach mal schauen was was ist da gerade bei dir was löst du mit deinen gedanken oder gefühlen aus und wie das bei deinem gegenüber ankommt so und viele die hier meine videos schauen die wissen auch dass ich die rückführungen mit hypnose machen reinkarnation und ja halt es gibt ja halt auch die kammer und es ist wichtig dass du dir jetzt einen positiven kammer aufbaust weil früher oder später kommt ja alles zu dir zurück so die unterste karte ist du ärgerst dich über irgendetwas ja bezüglich natürlich deines seelenpartners vielleicht hat er dich auch in gewisser art und weise getriggert oder etwas gemacht etwas gepostet etwas gesagt was dich ja du hast dich einfach triggern lassen wir schauen jetzt mal die seite von deinem gegenüber bitte schließe deine augen und schicke mir sende mir deine gedanken zu ja da kam jetzt ein ganzer stapel ich überlege mal ob ich das einfach aus ich schläge das einfach alle aus so mache ich das einfach so intuitiv wie auch wie ich auch bin ja so und das wird die drei sein und die klärungskarten lasse ich einfach auch ja also die drei hier so meine lieben dann beginnen wir jetzt gerade mit der kopfebene bei deinem gegenüber was ist da gerade los bei deiner kopfebene bei deinem gegenüber also es geht um sein zu hause soweit also bei sich anzukommen also denkt auch darüber nach über sein zu hause und da kommst du hier in diesem kartenbild natürlich auch vor also zeigt sich hier auch im bild eventuell zeigt sich auch noch eine bestehende partnerin ja die partnerin ist eine sehr selbstbewusste frau sehr ja so wo sie ihre eigenen bedürfnisse wirklich durchsetzt auch jemand der vielleicht so eine gewisse egoismus so auch mit auf den tag eventuell auch ein erdelement aber es kann auch sein dass sie so ein bisschen ja so zwei gesichter hat dass sich so im außerhalb gut zeigt und also in wirklichkeit hat sie dann auch eine gewisse ja auch eine negative seite natürlich haben wir alle unsere positiven wir unsere negativen seiten es ist auch wichtig dass wir auch diese negative oder dunkle seite auch an uns anschauen und auch jeder ja jetzt schauen wir einfach mal wie es hier weiter geht so also auf der herzebene auf der herzebene ist hier sehr viel liebe da also bei dir das ist ja deine seite ist ja sehr viel liebe bei dir da also du dir ist es wichtig wie ja wie du auch über dich denkst wie wie du bei dir bist auch wenn du hier weißt dass da eventuell bei deinem gegenüber eine ja also eine partnerin eventuell da ist aber falls jetzt keine partnerin da ist dann steht das auch für deinen selbstwert dass du dich wichtiger nimmst dass du deine eigenen bedürfnisse wirklich einfach mal nach oben stellst dass du dir sagst ich bin mir das wichtigste dass du ein gewisser egoismus hast eine gewisse egoismus mit auf den tag legst ja also es geht auch wirklich hier darum auf der herzebene ist diese große liebe da diese große liebe bei dir die seelenpartnerschaft das hat auch wirklich so deine emotionen und deine gefühle allgemein in heilung gebracht das ist doch schon durchaus positiv dass es also wirklich alles fließt bei dir dass alles so in heilung ist und also es geht auch wirklich darum dieses größte glück auch zu fühlen also diese größte glück also in deinem herzen und das fühlst du auch also du bist auch habe ich das gefühl ganz bei dir und das ist positiv ich bin mal wirklich gespannt was auf der anderen seite ist was ist die wirkung davon wenn du so in deine kraft bist wenn du so in deine liebe bist ja also auch zufriedenheit und harmonie nehme ich hier wahr was zeigt sich hier im außen im außen zeigt sich schon dass du eine gewisse traurigkeit noch in dir trägst vielleicht bist du schon ein bisschen ungeduldig oder traurig dass es noch nicht so schnell weiter geht wie du dir das erhofft hast oder wie du dir das wünschen würdest und du wünschst dir ja hier auch dass es alles in der stabilität kommt oder vorankommt es wird es auch vorankommen es wird auch immer wieder bewegungen hier stattfinden es wird auch immer wieder eine vorwärts kommen hier stattfinden und dadurch kommt das ganze in der stabilität wichtig wäre dass du deine traurigkeit in gewisser weise loslässt also es geht auch wirklich darum dass du das dauerhaft loslässt und dass du dann nicht ein tag so ganz bei dir bist und sagst naja ich bin voll im vertrauen und ja ich glaube an das gute ausgang und positiv und an dem anderen tag wieder dass du sagst ja ob das auch so stimmt dieses zögernde dieses zaudernde einfach dass es da ist also du ärgerst dich über irgendetwas wirklich wie gesagt vielleicht ärgerst du dich auch über noch eine bestehende partnerin oder über dich selber dass du dich nicht so gut durchsetzen kannst dass du eventuell nicht ja dass du dich nicht an erste stelle stellst dass du dich immer wieder also dass du immer wieder zurückfällst aus dem ganzen natürlich ziehe ich auch hier noch ein paar klärungskarten mit dem goldenen skat so dann fangen wir an mit deinem gegenüber was ist bei deinem gegenüber auf der kopfebene los bei deinem gegenüber auf der kopfebene so natürlich durch deine ja die ursache deine gedanken wie geht das jetzt hier weiter ich habe jetzt alle karten genommen das löst ja bei deinem gegenüber was aus es löst immer bei deinem gegenüber ob das jetzt in der liebe ist freundschaft oder in der partnerschaft löst das natürlich immer etwas aus ja egal was du denkst was du tust wenn du jetzt denkst also wenn du natürlich gedanken hast oder so negativen gedanken dann wird das auch bei anderen auch genauso sein also denke positiv über deinen seelenpartner so was ist bei ihm auf der kopfebene schon mal hier im außen ist es bei dir dass du immer wieder mal so zögerst und zauderst und das spiegelt sich bei ihm auf der kopfebene also das ist die ursache das ist die ursache deine gedanken oder deine taten es ist wirklich wichtig dass du da bei dir bestimmte muster erkennst und dass du die los lässt und löst also auf der kopfebene ist halt einfach noch eine gewisse unsicherheit unsicherheit da weil er auch nicht weiß wo es wie weiter geht also weiß nicht wo geht es weiter und ja es ist noch eine gewisse ungewissheit die zeit längere zeit ist es schon da oder dauerhaft ist es da diese gewisse ungewissheit bei deinem gegenüber auf der kopfebene also er kann sich auch nicht entscheiden und also auf der herzebene hatte so er hat zwei anteile und das ist auch wichtig jeden anteil in uns wirklich zuzulassen liebevoll anzunehmen weil jeder anteil auch in uns auch in dem gegenüber hat so seine berechtigung auch das dunkle und auch das lichtvolle und so ist das jetzt bei deinem gegenüber auch dass er wirklich zwei charaktereigenschaften oder zwei wie soll man zwei zwei anteile in sich hat der eine sagt ja geh voran komm in lebensfreude geh auf deine partnerin oder auf deine seelenpartnerin zu und der andere anteil ist halt volle ängste voll blockiert volle zurückhaltung reserviert sein und das ganze programm also das ist wie ein englischen und teufelchen in seine brust die also hin und her gerissen sind also diese richtig hin und her gerissen und das sind wirklich zwei zwei unterschiedliche charaktere es kann auch daran liegen dass er also zum beispiel wäre das jetzt der fall wenn jetzt also zwei extreme sternzeichen sich wiederfinden jetzt zum beispiel ein feuerzeichen mit einem wasserzeichen das sind so gegensätzliche charaktereigenschaften und zum beispiel der sternzeichen in zum beispiel jetzt krebs wäre und ja der aszendent dann löwe oder wieder oder schütze also das ist das eine das gefühlsvolle das ja das liebevolle zurücksvolle also mit ganz viel einfühlungsvermögen und das andere ist das geradeaus mit ganz viel temperament und dann ist derjenige auch so in sich so ein bisschen hin und her gerissen und das fühlte auch so in der brust für dich genauso fühlte das für dich so und und natürlich ist ihm wichtig zeigt sich hier im klärungskarten das urvertrauen das vertrauen also irgendwie hat er so ein so ein vertrauen zu dir also so was er nicht erklären kann über die seelenhebene so ein tiefes urvertrauen hat er zu dir und also es geht wirklich wie geht es weiter es geht im grunde geht es hier weiter dass er das erkennt also große liebe du zeigst sich hier du bist seine große liebe und die seelenpartnerschaft so geht es weiter dass es halt so ein bisschen kränkelt hier ist die traurigkeit hier dass es noch so ein bisschen kränkelt und das zeigt sich so auch im außen deswegen ist es für dich wichtig dass du dich total positiv ausrichtest dass du wirklich bei dir alle blockaden alle negativen gedanken auslöst also bei dir war hier die ärgerkarte weil wenn du dich auch über jemanden ärgerst das zieht immer deine schwingung herunter es ist ganz wichtig dass du ins vertrauen kommst es ist ganz 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 wichtig und von allen dingen es ist wichtig dass du aus diesem traurigen gefühl auch raus kommst aus diesen tränen weil das zieht dich auch in gewisser weise schon runter natürlich sind auch auf andere seite tränen heilend aber kommt darauf an aus welchem grund weinst du denn weinst du denn jetzt weil du dich zu einsam fühlst weinst du dich weinst du denn eventuell weil der noch nicht bei dir ist weil du dieses mangelgefühl hast oder weinst du einfach weil weil das einfach noch zu weh tut wenn es zu weh tut dann muss etwas noch in der heilung kommen wäre gut wenn du wirklich schaust dass du hier deine gefühle in heilung bringst deine emotionen in heilung bringst dass du sie anschaust dann wird das sich auch bei deinem gegenüber natürlich auch positiv auswirken du bist eine große liebe es zeigt sich auch hier und die erfüllung in der liebe es besteht auch eine möglichkeit dass auch darüber nachdenkt das wirklich dass du die zukünftige partnerin an seiner seite sein könntest die seelenpartnerin er weiß auch dass es noch halt dauern wird also hier ist die nähe und die weite zugleich also auch die verbundenheit die verbundenheit also diese dass man daran wächst also an diese verbundenheit an diese verbindung und also die karma dass es halt auch noch karmisch ist soweit also das ist ihm bewusst das zeigt sich auch so im außen was du da machen kannst also wenn das jetzt auch so karmisch ist und du das gefühl hast du kommst in diese seelenpartnerschaft irgendwie nicht weiter und da stagniert das ganze kannst du auch natürlich so eine karmische blockaden lösung bei mir buchen ich mache das nicht mit den karten sondern in eine hypnose löse ich deine karmische blockaden und natürlich wenn dein gegenüber dein seelenpartner ist ja auch mit dir verbunden und löse ich dann auch ja diese blockaden einfach auf indem dein unterbewusstsein dass die möglichkeit hat das zu tun also ich würde das ganze mit den goldenen skat karten hier klären schaut mal wie schön die sind so und es freut mich dass es euch gefällt also meine skat legungen dass euch das so gefällt und dass ich auch so viele damit inspiriere und anstecke finde ich toll also dann die klärungskarte frage ich die engel bitte liebe engel sagt mir doch mal auf der kopfebene was gerade mein zuschauer oder zuschauerin an der selbstwert noch machen sollte so wir schauen mal noch mal bitte liebe engel gibt mir bitte ein zeichen hier für die was soll meine zuschauer oder zuschauerin machen dass sie noch mehr bei sich ankommt dass sie noch mehr als wenn ihre mitte kommt auf der kopfebene wir schauen jetzt mal hier auf die liebe was es mit sich zu tun hat auf die seelenpartnerschaft bitte gibt mir noch eine karte auf die seelenpartnerschaft und auf die heilung der gefühle und bitte liebe engel mal was soll mein zuschauer oder zuschauerin hier von ärger noch loslassen was ist das was hier noch das ganze so ein bisschen blockiert und stagnieren lässt was ist das denn ich hoffe du kannst es also gut sehen also ich wollte jetzt wirklich zwei karten auch hier haben und dieses unentschlossen nochmal warum zögert mein zuschauer oder zuschauerin was ist der ursache was kann man da jetzt noch verändern ja so und die unteren karte so super jetzt erzähle ich dir natürlich auch was dazu also mit deinem selbstwert solltest du noch mal wirklich bei dir in der stabilität kommen das sagen die karten dass es also wichtig wäre dass du wirklich mehr bei dir ankommt dass du noch in deine persönlichkeit in deine überhaupt dass du stabiler bist ja und ja auf jeden fall auf der kopfebene auch bei dir selber anzukommen dass du noch stück weit ein bisschen mehr selbstliebe also an den tag legst dass du dich so annimmst wie du bist auch wenn du jetzt sagen wir ein paar funde zu viel hast oder wenn dir etwas an dir nicht gefällt deine nase dir nicht gefällt oder ja es ist ja egal irgendetwas gefällt dir nicht an dir dass du das noch mehr annimmst dass du in den spiegel schaust und sagst ja ich bin so stück weit selbst das kannst du noch bei dir verändern dass du ganz bei dir ankommst oft also für die große liebe kamen die karten dass du auf der herz eben wichtig wäre dass du wirklich bei dir also das ist da drunter exakt dass du wirklich das gefühl hast ja ich bin bei mir wirklich zu hause ja und das auch so dass du daran arbeitest wieder wieder selbstliebe nicht nur selbstwert selbstliebe so dann habe ich gefragt hier für die seelenpartnerschaft und da kann diese ja diese innige verbindung diese schöne innige verbundenheit wo du auch so vielleicht telepathie und alles mögliches da auch fühlst geht es wirklich darum dass du mehr in dein noch mal in dein selbstwert kommst und dass du dich stück weit wichtiger nimmst was dir jetzt dein gegenüber zum beispiel rüber sendet und was du auch telepathisch empfängst dass du dadurch sagst nee das ist schön und gut und das nehme ich auch so war aber telepathisch dass du ihm dann sagst ja ich bin es mir aber mehr wert ich bin es mir wert für eine offene kommunikation zum beispiel oder ich bin es mir wert für ja weiß ich nicht für irgendwas also positives auf jeden fall ich bin es mir wert eine königin behandelt zu werden ja wunderbar solche solche gedanken solche gefühle dass du aussendest was sollst du hier loslassen so im außen diese ganze ärger diese traurigkeit hier zeigt sich auch dass es was mit der vergangenheit zu tun hat dass du dieses diese anziehungskraft was du in der vergangenheit gespürt hast für deinen gegenüber dass du das immer mehr loslässt dass du das immer mehr loslässt und fließen lässt dass du das in dein leben integrierst wenn du das in dein leben integrierst und zulässt und jetzt nicht nervös wirst sondern sagst ja schön dass du da bist du hast da einen platz in meinem herzen in meinem leben aber solange dass sich das nicht verändert ja dann lebe ich mein leben zum beispiel so diese unentschlossenheit dass du dich wirklich in diese seelenpartnerschaft diese zufriedenheit und harmonie dauerhaft fließen lässt dass du das wirklich ja dass du dir bewusst wirst dass du zufrieden bist in diese seelenpartnerschaft dass du glücklich bist dass du dein seelenpartner begegnet hast dass du wirklich diese verbindung auch wertschätzt so in deinem inneren das heißt jetzt nicht dass du alles mit dir machen lässt aber dass du das auch wertschätzt einfach einfach ja so bei deinem gegenüber werde ich die ganzen sachen natürlich auch klären nochmal auch mit dem skat karten ich habe nicht so viele doppelkarten also doppeldecks und für so ursache und wirkung nimmt man halt die doppeldecks und ich sehe es auch jetzt nicht ein dass ich jetzt so viel karten kaufe ich habe so viel karten bereits es kommt auch nicht auf die karten an es kommt auch nicht auf die legeform an es kommt auf die inhalt an und es kommt auf die anbindung an was durch einen fließt und es kommt auch auf die authentizität an also wenn du dein ding machst oder wenn ich jetzt mein ding machen wenn ich euch das sage was ich hier empfange oder wie sich die karten hier zum beispiel für mich wie sie sich zeigen oder wie ich sie deute dann ist das ja dann ist das gerade das das kann man auch dann nicht nachmachen deswegen also ich habe jetzt auch kein buch wo ich die bedeutung der karten nachlese oder so weil jedes mal deutlich auch hier die karten ganz anders ja weil das ist dann auch die karten sind nur die sind nur eine ein hinweis ja und das rest ist die beraterin oder die kartenlegerin im grunde selber oder das medium die euch die botschaften vermittelt das ist nur wirklich eine werkzeug mehr oder weniger also wenn man gut ist wenn man eine gute koch ist dann kann man auch mit einem schlechten messer wunderbar schneiden schnell schneiden und auch mit dem teuersten messer es kommt auf diese begabung auf diese gabe an und nicht auf die karten oder auf die legeform wie auch immer heute haben wir den mond in steinburg also die unterste karte hier wie du siehst ist der rückzug das ist hier der pick 8 rückzug das kann ich jetzt auch ganz unterschiedlich deuten heute geht es zum beispiel darum dass du so ein bisschen innenschau betreibst dass du mehr meditiert vielleicht kontemplation betreibst dass du vielleicht auch so wie stückweit so ein bisschen wieder eremit also dass du in dich dich zurück ziehst ja so jetzt möchte ich auch gerne wissen bei deinem gegenüber hier warum der so ja warum der noch so zögert ja und wofür das ganze weiter wenn der so zögert wo führt das ganze weiter oder wie entwickelt sich das auch weiter so auf der herzebene möchte ich gerne dieses hin und her also diese teufelchen und engelchen schauen das ist jetzt das teufelchen und wir schauen jetzt mal das engelchen bei deinem gegenüber ja das ist wirklich spannend und was ich toll finde bei dem karten legen immer wenn man es vor ort mischt also das ist wirklich schön weil ich sage euch das auch früher habe ich die karten wirklich selber vorher ausgelegt ich habe mir die karten aufgeschrieben ich habe zwar nicht geschummelt aber ich habe es mir aufgeschrieben und dann ist man zu sehr im kopf also eine gute karten legerin würde immer vor ort die karten mischen und wird ihr eigenes hineinbringen nicht von irgendwelchen anderen leuten sondern ihr eigenes ding machen da merkst du auch ob die authentisch ist oder nicht warum kränkelt das ganze was ist denn da was kann man da machen dann möchte ich gerne zwei karten noch machen hier zwei karten so und ich könnte jetzt stunden darüber reden ja über dieses blatt stunden ich kann dir wirklich alles hier aus diesem blatt rausholen das kann ich das kann mir kein buch das kann mir keiner so weit geben also die klärungskarten waren hier auf jeden fall dass es noch dauern wird und diese karmische geschichte würde ich gerne noch machen ja und da kamen auf die karmische sachen kamen nur drei karten und die unterste karte zeigt sich hier bei mir also die unterste karte dass er halt noch was zurückhaltend ist dass er halt so ja sich noch so nicht traut sich nicht festlegt ja warum ist er denn so unentschlossen er ist so unentschlossen also er braucht noch so ein bisschen wirklich noch einen schubser bewusstwerdung dass er wirklich viele dinge noch erkennt wo geht es weiter was noch so unsichtbar ist also es geht wirklich darum auf der kopf wenn er weiß dass schon also diese verbundenheit und diese nähe dass man das auch kommuniziert also das wird ihm immer wieder stückweit auch bewusst also diese unentschlossenheit der wird auch bewusster dass er sich entscheiden muss und von allen dingen geht es hier wirklich darum diese verbundenheit dass es einfach da ist auf der herzebene auf das teufelchen kommt entweder hat er noch starke selbstwertgefühle dass er das so nicht wirklich durchsetzen kann dass er noch nicht in der lage ist wirklich manche dinge durchzusetzen noch oder seine eigene interessen stellte hinten noch an sagt das kann ich doch nicht machen und die leute und die menschen um mich herum das ja und hier auf das engelchen kam dass er wenn er an dich denkt da fühlt er sich zu hause also im grunde fühlte sich zu hause ja also zu hause bei sich angekommen was kränkelt hier das ganze das ganze kränkelt also in dem die halt auch so unentschieden ist zeigt sich auch hier die karte diese anziehungskraft ist da und es verzögert das ganze so ein bisschen darum kränkelt es weil er noch keine entscheidung getroffen hat so es dauert noch und zwar wird zwar mit erfolg ja wird dann schon irgendwann eine erfolgreiche oder gute ende nehmen aber es dauert noch es dauert noch es ist noch weit in der ferne noch schon noch was entfernt weil solange er sich nicht entscheidet kann ja auch nichts stattfinden also hier das karmische sehe ich auch die blockaden es kränkelt und das hat was mit liebe zu tun und das kannst du wie gesagt in eine rückführung oder in eine karmische blockaden lösung auflösen mit karten richtig blockaden kann man nicht auflösen wenn euch jemand erzählt ich lege da drauf die karten karten sind immer nur eine tatsache eine aussage was aufzulösen kann man medial zum beispiel wenn man in diese energie reingeht ja und diese energien löst oder aber auch wie gesagt auch mit hypnose kann man das lösen ja aber mit karten kann man das nicht machen also karten sind wirklich nur ein hinweis eine begleitung die sagen dir wo es lang geht also kann man das wirklich nur ablesen darum ich bin auch wirklich nicht eine karten legerin also ich lasse viele viele meine wertvolle ja ressourcen auch mit hier hineinfließen also wir schauen immer mal ob wir die energieheilung dazu nehmen ob wir wirklich die hypnose rückführung oder auch aspekte aus der verhaltenstherapie ich habe noch den heilpraktiker nicht aber trotzdem ich kann wirklich in dieses gefühl hineingehen wir können einfach schauen was löst das bei dir aus und wenn natürlich wenn bei dir etwas entdeckt wird wenn was in heilung gebracht wird irgendein gefühl irgendeine emotion und natürlich hat das auch auf der anderen seite eine auswirkung also immer ursache und wirkung wenn du hier zum beispiel ein stein in den see wirfst das wird natürlich auch dann die auswirkung kam dass du sie halt nicht mehr ganz ruhig ist sondern halt auch kreise zeigt und so ist das auch im leben deswegen schaffe dir jetzt positives karma sehe liebe sende positive gedanken nicht bewusst irgendwas negatives machen weil das kommt auf der anderen seite an also ich habe das immer wieder erlebt gerade wenn man zum beispiel auch menschen werten oder beurteilen oder verurteilen dass das früher oder später doch exakt auf diese art und weise immer alles zurückkommt und so lange bist du dahin lektion nicht gelernt hast deswegen hast du jetzt die möglichkeit in diese seelenpartnerschaft alles zu bereinigen alles zum guten zu wenden und dann natürlich hast du auch hier von der geistigen welt auch eine wunderbare unterstützung so ein bisschen plausch heute noch wollte ich gerne euch mit auf den weg geben also ich habe mich wirklich mit dem karma auch befasst also das ist jetzt nicht dass man das hier jede beraterin sagt jetzt karma 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 sondern durch meine reinkarnation habe ich mich diese rückführung habe selber drei rückführungen machen lassen und ich wollte immer wissen wie weshalb warum ja wir waren auch mal täter und opfer warum ist das so und alles braucht halt so so einen ausgleich oder zum beispiel jetzt auch meine klangschalen als die gestohlen wurden ja schweren herzen aber ich habe das dann auch angenommen dass es vielleicht auch nur eine karmische ausgleich war für früher alles hat so einen ausgleich aber wiederum wenn dieser ausgleich stattgefunden hat dann hast du das auch in in heilung gebracht also du kannst die sachen segnen und loslassen und in dem moment und beeinflussen die dich nicht mehr ja so und für dich kommt der vergebung und für dein gegenüber und was verbindet euch ja vergebung vergib und vergiss das leben ist zu wertvoll um es sich zu verderben und auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt eure seelen sind stets vereint die liebe überwindet raum und zeit und ihr werdet euch nicht vermissen und was euch verbindet und was euch verbindet wirf all deine bedenken über bord und lass dich in meine arme sinken so das war jetzt für dich und deinen seelenpartner die legung ursache und wirkung wenn es dir gefallen hat freue ich mich natürlich über ein like und freue mich umso mehr wenn du meinen kanal abonnierst dann verpasst du auch keinen live stream von mir also am mittwoch um halb neun abends also 20 uhr 30 freue ich mich wenn du bei live stream dabei bist ob ich jetzt eine live legung mache oder dir nur die karten ziehe das entscheide ich dann spontan das fördert fördert so ein bisschen auch noch die spannung was macht die valeria wohl und freue ich mich wenn du dann dabei bist eine stunde und es folgen auch natürlich noch ein paar videos und ich arbeite also wie du siehst auch mit diesen klassischen karten mit skat mit zigeuner und mit natürlich mit den kipper karten das sind die klassischen karten die du auch kennst und natürlich ziehe ich von den schönen anderen karten dex nur als ergänzend etwas dazu also ich möchte so mein ding machen also ich finde die karten die sprechen für sich und ja also ich finde da kann man so viel rausholen und durch die intuition natürlich auch und da kann man das halt auch mit diesen schönen karten dann wie lenomon karten hier auch klären oder engelbotschaft noch dazu ziehen ich hoffe das hat dir gefallen wenn das der fall war freue ich mich abonniere meinen kanal ich danke euch für eure zeit natürlich für euer sein ich danke auch für viele viele die mir spenden zukommen lassen auf youtube da war ich auch wirklich überrascht vielen vielen dank dafür ich habe das letztens vergessen zu erwähnen war ich sehr überrascht also positiv überrascht vielen dank und ich wünsche euch noch einen schönen sonntag und also ihr werdet immer wieder mal von mir hier auf meinen kanal hören und ich komme jetzt zu ende und sage namaste bis bald deine valeria bei mir aus Frau aus Vielen Dank.